Es geht los. Okay, Leute, wir switchen rüber. Wir haben natürlich heute auch mit dem schweren Verlust von Takaischi und Danerji zu kämpfen. Ich hoffe, das bist du. Hallo! Dominik! So, ich würde sagen, Minecraft Zuru Tag 5 beginnt! Das ist gerade kein feiges, äh, äh, unter der Erde vergraben hier, sondern der Server wird gerade leider Gottes wieder gedetost. Und, ähm, wenn wir einen Block abbauen, dann leckt es wie Sau und es macht null Spaß und wir wollen nicht wegen sowas draufgehen, weil plötzlich ein Creeper irgendwie 5-Sekund-Spiele auftauchen. Guck mal, Unger hat jetzt so einen Game Master vor seinem Namen. Bei Spielemeister hätte ich ihn verklagt. Scheinbar wieder DDoS gerade. Ach, ne, großartig. Was ist ein DDoS? Das ist der Bruder von KEDOS. Ja, genau, der ist einfach irgendwie mega auf Hacking oder was? Hat irgendeiner die IP wieder? Wie die IP ist das? Wie von euch ist das? Weißt du, was das bedeutet? Was? Wir haben einen Insider, wir haben einen Maulwurf. Weil die IP ist ja ganz frisch eben auf den Discord gekommen. Stimmt. Also kurz zur Erklärung, es gibt auch eine neue IP und die wurde nur in dem internen Minecraft-Suro-Discord gepostet. Das heißt, dass die jetzt so schnell jemand hat und DDoSen kann, bedeutet, es ist ein Maulwurf im Discord. Ich hab Angst. Ja, dann würde ich sagen, damit wir trotzdem natürlich unterhaltsame Folge kriegen, würde ich einfach sagen, machen wir wieder ein bisschen Roleplay. Okay, alles klar. Was hast du dir vorgestellt? Impro? Höhlenmenschen vielleicht? Oh. Ja, okay. Dann lege ich direkt los. Warte, ich taug' kurz wieder an die Rolle ein. Ja, reicht, oder? Ja. Ich will nicht zu viel sagen, wäre Videopreis 2020. Hier ist er. Der Gewinner ist Time of Blocks. Ich teste nochmal einen Block abzubauen. Na gut, immer noch nicht. Gut. Roleplay Runde 3. Wir stellen uns einfach vor, dass es eine Straßenkreuzung an der Wall Street ist. Wir kommen direkt in die Mittagspause und Roleplay los. Easy? Was machst du denn hier? Ja, easy. Ey, seit wann arbeiten wir alle an der Börse, Alter? Das ist ja mega, ey. Ist das uns hier auch so mega abgegangen? Die Bitcoins oder die Krypto irgendwie alles? Ich hab noch drei Bitcoins, Leute. Scheiße, Mann. Ey, wenn wir uns gerade treffen, kann mir einer vielleicht einen Huni leihen bis morgen? Natürlich, komm, geb ich dir rum. Das wird kein weißes Näschen draus machen, Minion. Ey, Blumen, ey, bitte nicht. Die Zeiten sind vorbei. Mit Stegi haben wir schon geredet. Mit dem sind wir in Kontakt. Er will eigentlich mehr so der rasende Reporter sein. Er will eigentlich so der Unge in Ego-Perspektive sein. Ach so. Da hat der Bergmann den Job geklaut. Ja, das stimmt. Oh, Mini-Zombie. Oh, Mini-Zombie. Hinter dir, hinter dir. Wow! Die haben mich gehittet. Oh Gott! Was ist denn? Hier ist viel zu viel und ich kann schon den Tod nahe sehen. Der hat dich immer noch verfolgt. Immer noch hinter mir? Ja, der hat so Bock auf dich, Alter. Okay, ich glaube, ich bin safe. Überall Zombies, Alter. Ich bin weg, Alter. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh mein Gott, der hat mich schon wieder gehittet. Du mieses Drecksteil! Du mieses Drecksteil! Der kommt wieder hoch! 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 Okay, ich hab drei Herzen verloren. Ich hab drei Herzen verloren. Tim? Wie viel halte der Gold, Apfel nochmal? Wollte ich auch grad fragen. Ich weiß es nicht. Easy. Dreckszombie-Arsch! Ich brauche keinen anderen PvP-Spieler, Alter. Das gibt mir die Action. Weißt du, dass wir jetzt kämpfen auf Augenhöhe, weißt du? Wow! Ja! Nice, Alter! Gänsehaut! Digga! Mischelfrost über den Matrix-Jump! Tchuuu! Oh, hier ist doch eine Spinne! Geiles Ding, Alter! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah! Boah! Boah, okay, alles klar! Boah, Alter! Boah, Alter! Wer ist im Stress, Alter? Boah! Passt auf, wir sind viele Schluchten, viele Sachen, wo wir ruhe fahren! Boah, okay! Dieser zaghafte Sprung! Aufpassen, Leute! Da ist ein Lama! Ein Lama! Ja, ich bin, guck ich geh das Lama, jetzt so. Oh, la, la, la! Ey! Ey, Dominik! Hey, wir sind... Hast du einen Knall? Ich hoffe, es spuckt dich an jetzt! Sag, ich hab mich an gespuckt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey, so Ripp durch den Lama-Spucke, Alter! Das fände ich nice! Oh, das ist auch Pete's mit, Mingo! Ich liebe euch. Moin, Leute! Da ist richtig viele Leute! Ich fühle mich hier ehrlich gesagt nicht geliebt gerade. Nee, willkommen! Die ignorieren uns völlig. Die angeln einfach weiter rum. Die brauchen wohl keine neuen. Dafür, dass wir so hübsche junge Männer sind, beraten die ziemlich lang. Hä? Die vertrauen uns nicht? Anscheinend gelten wir einfach in der PvP-Szene als ganz große Leute. Oder sie hassen uns einfach persönlich. Versuch mal zumindest noch ein bisschen Schweizer Zustände rauszuhandeln. Hab Early Boy auf der letzten Bootshaus-Pile nicht erkannt. Das wird jetzt, glaube ich... Oh! Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Autsch, Autsch, Autsch! Tim, Tim! Ihr könnt dort an der Insel eine Base bauen. Sind wir jetzt die Vorlutscher oder was? Ich baue jetzt hier eine Haus! Du baue jetzt hier eine Haus? Ich baue jetzt hier eine Basis. Ich hole jetzt kurz noch mal ein bisschen... Aber viel aus Stein bitte. Ich will nicht das Traumata wieder erleben müssen, was da... Ich hab leider nur Holz. Gut, Dominik. Gut. Was da im Dorf schaut. Richtig sexy Haus, Alter. Wir sind ja ein paar wilde Feuerteufel. Wenn Leute wirklich konkret in unsere wunderschöne Gemeinschaft des Friedens wollen, dann würde ich gerne mich mit denen eigentlich mündlich beschäftigen. Das sind die Endfrüchte. Oh nein, die können wir das annehmen. Kann man nicht teleportieren. Aber das ist nicht so geil eigentlich. Ich bedanke dich, wenn du sie auch hast, sonst ist es unhöflich. Ja. Was? In zwei Minuten leuchten alle Spiecher durch... Ist mir ja egal. Hey, was die, Alter. Was geht die gar... Und der Kev ist da auch am Rumpaddeln, ey. Geilo oder Geilo Kev? Gehst du weiter, stirbst du. Ne, ich bin unsicher, ob das der Geilo Kev gerade ist. Ist das gerade der Geilo Kev oder ist das Akko Kev? Das ist ja Akko Kev. Er schreibt Geilo Matiko, das scheint der Geilo Kev zu sein. Ne, das ist das Akko Kev. Wie das ein Kev schreibt man, das muss Akko Kev sein. Oh, die möchten ein Gespräch. Die möchten ein Gespräch im Discord. Ich bin gerade mal kurz Vermittler für euch. Ja. Horst Flock mein Name. Wir müssten jetzt auf die Insel. Wir brauchen ein paar Fäden. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sie uns nicht in den Rücken stechen. Nein, nein, natürlich. Nein. Also, das Friedensangebot kam ja auch von uns. Wir haben jetzt einfach einen Nicht-Angriffspack. Wir sind ja jetzt freundliche Nachbarn an. Das ist Delfin. Wie geil ist das denn? Helfen wir euch und andersrum. Ey, wie süß, Mann. Ich bin mit Delfin, Mann. Wie süß, Alter. Wir müssen auch wieder rumspringen. Ich bin friedlich. Ich habe noch eine suspicious Soup im Angebot. Oh, das schmeckt. Oh, das schmeckt. Kommen Sie mal gerne auf ein Bier vorbei. Das Bier müssen Sie aber mitbringen, ne? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft. Tschüsschen. Tschüsschen. Guck mal, wir haben schon wieder erfolgreich gehandelt. Geil, okay? Oh, was? Die ist hier doch gerade noch rumgezwiebelt. Ja, und Basti zockt hier. Sein Teammate kommt gerade zu der Insel. Das heißt? Aber mit Mimichecker... Die sind da, Leute. Die sind da, die sind direkt links. Aber ich hatte mit denen eigentlich gesprochen. Ja, ja, die machen keinen Stress. Diggi ist ja auch mit am Start hier. Guck mal, die gucken uns gar nicht an. Das war das liebliche. Das springt ganz schön hektisch rum hier. Ich nehm mal den Goldapfel. Ich bin nicht zufrieden mit unserem Haus. Ja, natürlich. Das ist ja auch ganz normal. Es ist ja auch kein schönes, sondern ein funktionierendes Haus. Ja, es ist ein funktionierendes Haus. Was ist das? Hört ihr das Geräusch? Was? Ich hab mega laute Geräusche. Nee. Wir nicht. In einem Chat hat mir jemand aufgeklärt, das Geräusch heißt, dass du gleich sterben wirst. Okay, alles klar. Mensch. Okay, einfach so random. Aber in real life. Ungedrückt auf den Knopf und zack. Wir sehen gerade alle Spieler, weil das irgendwie so ein kleines Event ist. Man sieht jetzt die restlichen Minuten die Spieler alle an. Das ist fürs Roleplay, damit man weiß, wo jeder ist. Das ist das Roleplay. Genau. Damit man schön kommunizieren kann mit den Geistern. Ja. Man kann kommunizieren mit den Geistern. Ich hab Angst, gerade an dir vorbeizulaufen, weil du so ein bisschen abbaust. Ja, ich muss da auch aufpassen. Ich bin gerade voll im Film. Ja. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Das stimmt. Ja. Als ob. Als ob. Weg hoch. Hoch, Rainer. Hoch, Rainer. Hoch, Rainer. Hoch. Ach du Scheiße. Bound. Ja natürlich, die sind doch mega aggressive oder nicht? Wirklich? Als ob wir sie jetzt die ganze Zeit irgendwie... Das hüpft auch irgendjemand da oben rum. Wir haben es nicht gemerkt. Ja, das ist ganz... Die kommen auf jeden Fall straight gegenüber. Aber die kommen doch von der Insel. Die kommen doch von der Richtung. Weiß ich nicht wirklich? Ja, dann ist egal. Nein, nein, aber die kommen aus der Richtung auf jeden Fall. Ja, aber das... Die sind ja schon tot. Keine Ahnung. Ich bin jetzt mal... Hier sind auch noch andere Leute. Die sind schon wieder da hinten weggerannt. Oh, die haben... Guck mal. Oh, ich hab hier einen Fisch bekommen irgendwie. Die haben einen Fisch. Nee, nicht essen. Nicht essen, Mann. Es sie nicht, Mann. Es sie nicht. Ich ess den jetzt. Was soll denn schon passieren? Ist das eine Drogen oder ist das ein Geschenk? Okay, wir dürfen mal den übernachten. Komm, lass rüber. Lass rüber. Jibiii. Das ist gut. Ich bin so gespannt, wie es da drin aussieht, Mann. Oh, Alter, Alter. Das ist ein Ding hier. Hier, lass uns... 5 Sekunden in die Ecke. Einfach in die Ecke. Schön in die Ecke. Das ist unsere Ecke jetzt. Jetzt schlachten sie uns alle ab. Und damit ist Tag 5 von Minecraft Zuro auch überstanden. Und das mit ganz vielen neuen schönen Bündnissen, einen neuen Standort für uns, neuen Heil-Items. Aber war gut, Tim, oder? Ja, also, war richtig gut, auf jeden Fall. Also, ich find's schön, dass wir da jetzt in so einer größeren Gemeinschaft hier ein bisschen drin sind. Den Horst find ich großartig. Und ich glaube, wenn wir weiter so positioniert bleiben, dann können wir das genau so durchziehen, wie wir das wollten. Nämlich schön auf einer diplomatischen Basis. Auf jeden Fall. Gut. Geht das? Dann dir viel Spaß. Bis später. Genau. Und Selfie, wir hören bis morgen da, ne? Ja. Ich geh mal davon aus. Und übermorgen ist Pepe wieder da. Und morgen müssen wir mal gucken, dass wir Danergy dann irgendwie erkriegen. Ja, wir sind ja nicht so weit weg. Wir sind ja tatsächlich doch sehr, sehr nah. Ja, stimmt. Stimmt. Und die Koordinaten, die hab ich sogar bekannt. Die kann ich ihm eigentlich... Die schreib ich nachher mal direkt rein. Ja. Das kann man ja auf der Karte sehen. Okay. Dann bis morgen spätestens. Bis denn. Ciao. Hallo. Hört ihr mich? Könnt ihr das hören? Ist das ein cooler Effekt oder nicht? Tschüss.